Hallo und herzlich willkommen zum Heimat für Lieb Podcast, der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Ich bin Susi Reißer, dein Host für diese Episode und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Für die Podcast Episode 81 gibt es mich heute mal wieder allein auf die Ohren. Das liegt daran, dass der Frank bei seinen Eltern ist, weil er dort einfach viel mehr Platz hat, um an unserem Bus rumzuschrauben und noch dies und das für die nächsten Tage vorzubereiten. Und darum bin ich allein daheim, allein in Herrenberg und habe mir mal überlegt, was ich denn für diese Podcast Episode machen könnte. Und da kam mir eine Frage in den Sinn, die ich vor längerer Zeit schon mal von einem Fan, einem Hörer gestellt bekommen habe. Und zwar, warum denn Baden-Württemberg zwei Mittelpunkte hat. Also wenn du mal auf Google gehst und eingibst, Mittelpunkt Baden-Württemberg, da wird es dir zwei Ergebnisse ausspucken. Das eine ist nämlich bei Tübingen und das andere bei Böblingen. Und die Frage fand ich so cool, dass ich dachte, okay, da gehe ich mal auf den Grund. Und bevor ich irgendwie sowas nur im Internet recherchiere oder in irgendwelchen Büchern nachlese, will ich es natürlich live sehen. Und ja, das Wetter war ganz okay. Ich dachte, okay, ich will da jetzt hin. Dann habe ich mir überlegt, wie komme ich am besten hin. Ich habe ja sogar ein Auto jetzt da. Frank ist mit dem Bussler unterwegs. Aber mit dem Auto nach Böbling fahren und dann nach Tübingen und die Punkte sind ja auch mitten im Wald. Da hatte ich irgendwie auch keinen Bock. Und dann dachte ich, okay, Fahrrad wäre eine gute Idee. Aber mein Fahrrad ist leider gerade mit dem Frank schon unterwegs, weil wir das ins Bussler rangemacht haben, weil wir am Wochenende am Bodensee fahren und da die Fahrräder gerne dabei haben wollten. Somit hatte ich also auch kein Fahrrad und kein Bussler sowieso. Und dann habe ich mich entsonnen, entsinnt, wie sagt man, dass ja am Bahnhof in Herrenberg so eine E-Bike-Station ist, die ich schon lange mal ausprobieren wollte. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen erkundigt, habe mir auf Google eine Strecke zusammengezimmert. Also gar nicht irgendwie High Fancy mit Komoot oder irgendwelchen Karten, sondern einfach, okay, wie komme ich von Herrenberg nach Böbling, nach Tübingen und wieder zurück. Und habe mich dann darüber informiert, wie denn Regiorad funktioniert. Das ist nämlich die Firma, die die Räder verleiht inzwischen bei uns im Bahnhof in Herrenberg. Also Regiorad Stuttgart gehört irgendwie zur Deutschen Bahn. Aber ganz genau konnte ich das auch nicht herausfinden, wie die jetzt alle miteinander zusammenhängen. Auf jeden Fall ist es eine Bike-Sharing-Plattform, wo man halt auch E-Bikes ausleihen kann. Und dann habe ich mich am Rechner gesetzt, habe die Plattform angeguckt, habe mich da angemeldet. Wie das alles genau funktioniert, das erzähle ich dir später. Und mich dann aufs Rad gesetzt und bin zu den beiden Mittelpunten gefahren. War eine echt coole Tour. Waren dann so um die 60 Kilometer. Die packe ich dir natürlich auch als Komoot-Link in die Shownotes. Das ist nicht die super tolle Radtour, das geht auch einiges an der Straße entlang. Aber wenn du mal die beiden Punkte abfahren willst und das mit dem E-Bike tun, weil die 60 Kilometer gehen dann schon einiges bergauf und bergab, dann guck sie dir einfach mal an und wenn nicht, wandelst sie einfach für dich ab und nimmst sie nur als Inspiration. Ja, und dann kam ich nach Böbling an diesen einen Mittelpunkt und dann nach Tübingen. Und was es jetzt mit diesen beiden Mittelpunkten auf sich hat, das erzähle ich dir jetzt. Weil es gibt natürlich mehrere Mittelpunkte, je nachdem, welche Berechnungsvariante man nutzt. Und die Böblinger haben gesagt, wir schauen einfach, was sind so die Extremwerte an Nord-, Süd-, Ost- und Westpunkten, die wir in Baden-Württemberg haben, legen die in den Viereck und nehmen von diesem Viereck den Mittelpunkt. Und das hat der Landrat Roland Bernhard von Fachleuten vom Vermessungsamt her ausführen lassen, hat es wissenschaftlich nachrechnen lassen und dabei kam halt raus, dass es bei Böblingen ist. Und zwar bei Böblingen im Hörn des Wald. Und wenn du dich jetzt fragst, was sind eigentlich diese nördlichsten, östlichsten, südlichsten und westlichsten Punkte, das habe ich mich auch gefragt, darum habe ich das gleich mal nachgeschaut. Und da kam eine ganz spannende Sache heraus. Also der nördlichste Punkt ist in der Gemeinde Dertingen, der östlichste, in der Gemeinde Dischingen. Und jetzt wird es interessant, weil der südlichste und der westlichste Punkt, die sind nämlich Luftlinien nur so um die 23 Kilometer auseinander. Der südlichste Punkt ist in Grenzach-Weilen und der westlichste Punkt in Efringen-Kirchen. Und es liegt beides so, also ich sage immer so in der Ecke von Lörrach, also so unten links im Ländle. Ja, und wenn man die Punkte halt in den Viereck legt, dann kommt man auf Böblingen als geografischen Mittelpunkt. Und wenn man das jetzt wissenschaftlich noch ausdrücken will, dann sagt man, das Mittel der geografischen Breiten des nördlichsten und südlichsten Punktes und das Mittel der geografischen Längen des östlichsten und westlichsten Punktes, wenn man die zusammenrechnet, dann ergibt der Mittelpunkt halt auch Böblingen. Und seit 2017 ist der Ort markiert. Dort stehen auch vom Schwäbischen Alpverein zwei Bänke gestiftet. Es ist ein Briefkasten mit einem Buch drin, wo man sich dann auch eintragen kann, wenn man sich ein bisschen dorthin gesetzt hat und vielleicht auch zu seiner eigenen Mitte gefunden hat, wie sie so schön sagen, sich ein bisschen gesammelt hat und ist jetzt als Ausflugsziel beschrieben. Ja, seit 2017. Und jetzt kommen die Tübinger und sagen, hey, unseren Mittelpunkt gibt es schon viel länger. Der ist nämlich seit 1986 markiert mit einem drei Tonnen schweren Steinkegel und der steht auch auf dem geografischen Mittelpunkt Baden-Württembergs. Dieser Steinkegel hat eine Neigung von 11,5 Grad und das soll die Hälfte der Erdneigung darstellen. Ja, und wo ist dieser Steinkegel? Der liegt im kleinen Wäldchen, das den Namen Elysium trägt. Und die Berechnung ist da ein bisschen anders gewesen. Und zwar hat man da den Schwerpunkt der gesamten Fläche des Landes berechnet. Also man hat den Flächeninhalt Baden-Württembergs genommen und anhand der gaussischen Flächenformel den Schwerpunkt ermittelt. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen wie die Böblinger-Methode. Die kann ich irgendwie greifen. Mit Physik hatte ich es noch nie so. Darum, ich finde, den Böblinger-Punkt, der ist eine gute Berechnung, aber auch der Tübinger-Mittelpunkt hat definitiv seine Berechtigung. Und wenn man es sich mal bildlich vorstellt, dann kommt dieser Punkt so zustande, wenn man die Landmasse von Baden-Württemberg ausstanzen würde und die dann ausbalancieren würde. Also genau an diesem Punkt ist der Tübinger-Mittelpunkt von Baden-Württemberg. Ja, und je nachdem, wenn man jetzt noch zwei, drei andere Berechnungsmethoden wählt, wird man wieder auf einen anderen Mittelpunkt kommen. Also es gibt halt einfach verschiedene, je nachdem, wie man es berechnet. Und da ja praktischerweise Tübingen und Böblingen gar nicht so weit voneinander entfernt liegt, kann man die beiden auch mit einer schönen Radtour abradeln. Also von daher ist es ja ganz gut, dass es mehrere Mittelpunkte gibt. Ja, und jetzt erzähle ich dir mal noch, wie ich dann vorgegangen bin. Ich habe mich nämlich bei Regiorad Stuttgart registriert, habe mich dort angemeldet. Man muss da eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer hinterlegen, bekommt dann den Freischaltungs-Code zugeschickt per SMS. Den muss man wieder dort eingeben, wo man per Link inkommt, wenn man die E-Mail öffnet, gibt dann den Code ein. Und in diese einen E-Mail, die man da bekommt, sind auch die Zugangsdaten drin. Da kann man sich dann zum ersten Mal einloggen und seine Daten dort aktualisieren. Dann habe ich mir die App runtergeladen, die Regiorad Stuttgart-App und bin zum Terminal gelaufen. Also ich wusste, dass bei uns ein Terminal um die Ecke ist, also direkt am Bahnhof in Herrenberg und habe da aber vorher auch in der App schon geguckt, ob Räder verfügbar sind. Das war der Fall. Und was auch cool ist, in der App kann man sehen, wie der Akkustand der einzelnen Räder ist. Somit kann man halt sehen, sind gerade alle Räder leer. Das macht natürlich keinen Sinn, sich dann eins auszuleihen. Oder sind die alle voll? Dann kann man sich auch eine Dreiviertelstunde im Vorfeld reservieren. Und ich habe so eine Basismitgliedschaft gewählt, weil ich es ja erstmal überhaupt ausprobieren wollte. Die kostet drei Euro im Jahr. Und die drei Euro wurden mir dann auch gleich auf meine erste Ausleihung angerechnet. Also eigentlich keine Kosten wirklich. Ja, dann bin ich los, habe mich angezogen, Sachen gepackt. Also es war alles so ein Zeitraum von einer halben Stunde ungefähr, wo ich gedacht habe, okay, ich will das jetzt alles erkunden, will eine Podcast-Episode drüber machen und will mit dem E-Bag fahren. Bin dann losgelaufen zum Bahnhof, habe dann am Terminal, was vor der Bikebox steht oder vor der Bikestation steht, mich anmelden müssen und von außen auswählen müssen, welches Rad ich nehme. Das ist ein bisschen ungeschickt, weil die Räder stehen, wie gesagt, in der Box, was ja gut ist, so sind sie gut geschützt, hinter einer Glastür, die erst aufgeht, nachdem man sich ein Rad ausgewählt hat. Ich konnte also nicht zu den Rädern hingehen und gucken, okay, welches hat jetzt genug Luft oder wo funktionieren die Bremsen ganz gut, sondern das musste ich von außen auswählen. Habe dann also durch die Scheibe geschlunzt und gehofft, dass ich eine gute Wahl treffe. Habe dann ein Rad ausgewählt, musste mich am Terminal wieder abmelden und dann ging auch die Tür auf. Und dann konnte ich zu meinem Rad gehen, habe auf dem Display einfach nur das Rad aktiviert. Dann wurde mir auch angezeigt, wie ist ein Sperr. Habe es abgezogen vom Strom und bin losgefahren. Also easy peasy. Die Räder sind gut schwer, also tragen würde ich sie nicht, aber fuhr sich echt gut. Sattel konnte man ziemlich leicht einstellen. Und es hat sieben Gänge gehabt, dieses Pedelec. Der Motor hat sich gut zugeschaltet. Also war eine super Sache. Ich bin total entspannt dann durch die Gegend geradelt. Habe auch Berge mitgenommen, die ich mit einem normalen Fahrrad sehr verflucht hätte. Wobei die auch mit einem E-Bag schon dann anstrengend war, weil man ja durchtreten muss. Also es ist natürlich eine Erleichterung, wenn man den Motor hinten dran hat. Aber treten muss man halt trotzdem. Ja, und dann habe ich mich unterwegs gefragt, was wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie eine Pause machen würde oder irgendwo in den Laden gehen, kann ich das Fahrrad überhaupt anschließen? Weil ich hatte ja, wie gesagt, nichts dabei, weil unsere ganzen Fahrradsachen, unter anderem auch die Schlösser, halt bei den Fahrrädern sind und die nicht mehr bei mir waren. Ja, und ich gebe zu, das habe ich mich erst nicht getraut. Das habe ich erst zu Hause ausprobiert, aber grundlos vollkommen einfach. Also man kann das Rad sperren und dann auch wieder entsperren. Und zum Entsperren braucht man den Code für das Fahrrad. Den habe ich aus der App. Ich vermute mal, wenn man die Nummer angerufen hätte, die auf dem Rad draufsteht, hätte man den Code auch bekommen. Aber so konnte ich es ganz einfach verriegeln und auch wieder entsperren. Ja, und zum Abgeben habe ich es dann wieder an das Terminal zurückgebracht, habe mich dort eingeloggt. Nachdem ich gesagt habe, okay, ich will jetzt das Fahrrad zurückgeben, mich wieder ausgeloggt hatte, ging auch die Tür auf. Ich konnte das Fahrrad reinstellen, wieder anschließen, abparken, verriegeln. Alles super. In der App konnte ich dann sehen, wie lange ich unterwegs war, was es mich gekostet hat. Und ja, alles super übersichtlich. Zu den Kosten. Das Pedele kostet 10 Cent pro Minute, maximal 4 Euro pro Stunde. Und für die Tour, die ich da gemacht habe, ich war 4,5 Stunden unterwegs, habe ich halt den Tagessatz dann bezahlt, das sind 16 Euro. Wenn man sich überlegt, okay, 16 Euro ist schon eine Menge Geld, aber wenn man sich ein E-Bike kaufen würde, wäre das definitiv nicht im Verhältnis stehen dazu. Und ich habe jetzt auch gerade noch was ganz anderes erforscht. Wenn ich mit der Bahn nur ein paar Kilometer weit fahren würde, bezahle ich auch 16 Euro und habe nicht mal annähernd so einen schönen Tag, wie ich für diese 16 Euro hatte. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, die 16 Euro sind zwar ein Tagespreis, man kann es aber auch so formulieren, die 16 Euro reichen, solange wie der Akku reicht. Also wenn der Akku einmal leer ist, ist er leer, man kann das Fahrrad nicht tauschen, wenn man es tauscht, bezahlt man halt neu. 16 Euro gelten pro Tag, wenn man damit nicht so viel fährt, immer mal hier, mal da und den Akku schont, dann reicht es über den Tag. Oder wenn man halt den Kauf nimmt, das Wendeakku leer ist, wenn man ohne Akku fahren muss, dann kann man es natürlich auch den ganzen Tag nutzen. Aber an sich sind 16 Euro auch pro Akkuladung zu sehen und nicht unbedingt pro Tag. Ich bin jetzt mit den knapp 70 Kilometern, die ich dann am Ende gefahren bin, gut hingekommen mit dem Akku, aber dann war er auch auf 4% runter. Also viel mehr hätte ich nicht fahren können. Also für diese Tour Herrenberg, Böbling, Tübingen, Herrenberg hat es prima gereicht. Ich bin nach Böbling über Nufring gefahren, von Rohrau und dann nach Böbling rein. Von Böbling aus bin ich ziemlich viel durch den Wald, an der Straße dann entlang, über Bebenhausen nach Tübingen und von Tübingen dann im Ammertal zurück nach Herrenberg. Also war eine echt richtig schöne Tour. Hätte ich mir auch gut noch mehr Zeit lassen können, wenn ich sie gehabt hätte. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das mal zu machen. Du kannst natürlich überall einsteigen, musst ja nicht von Herrenberg aus fahren. In Böbling kann man die Räder auch ausleihen oder in Holzgerlingen, was auch an der Strecke liegt. Also ja, ist eine super Sache. Probier es mal aus. Vielleicht muss es nicht immer die Bahn sein oder wenn du irgendwo hin willst, das Auto, sondern leihe dir einfach mal ein E-Bike aus oder ein normales Fahrrad kann man sich natürlich auch ausleihen. Und dann, ja, probier es mal aus. Fahr mal mit den Rädern. Das ist jetzt Werbung, aber unbezahlt ist einfach, weil ich es für mich mal ausprobieren wollte und dir meine Erfahrung weitergeben wollte. Ich wurde nämlich beim Zurückgeben sogar schon angesprochen von einer Frau, die meinte, oh, ich wollte es auch schon lange mal machen. Wie war denn das und wie funktioniert das? Also wenn du mit dem Gedanken auch schon länger spielst, dann ist das jetzt genau deine Chance. Hör es nochmal genau an. Mach alles so, wie ich es gemacht habe und dann dreh eine schöne Runde mit dem E-Bike und guck dir mal die beiden Mittelpunkte von Baden-Württemberg an. Und wenn du jetzt auch noch eine Frage hast zu irgendwelchen Kuriositäten bei uns im Ländler, dann schick sie uns gern. Dann geben wir den Fragen auf die Spur und vielleicht machen wir dann eine Podcast-Episode mit deiner Frage. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020